lido sirena geheime insignia in kapitel 2 das geheimnis der hotel lobby die rote münzen sind nämlich hier erst ganz weit spät nämlich hier oben drauf ok ich glaube wir müssen auch gleich runterfallen ok unten sind keine ich dachte ok die habe ich ich habe hier unten auch mal eine einmal hier kaputt machen und nummer fünf ja die restlichen drei sind da drüben ich weiß immer wo ich das hier schön für strike geschafft habe ich habe Angst hatte dass ich das nicht so schnell schaffe wow mario ok das war auch kein problem hier rüber und die abholen schön lido sirena geheime insignia im casino in kapitel hier ist ja kurz warten können das ist knappe sache aber es klappt noch man kann schon hier mit der düse fliegen aber man verliert trotzdem nur 6 von die zeit zwar auch knapp hier limit euch danke dir sehr anstrengend jetzt falle ich runter so das ist jetzt nicht mehr so schwer hier gut fliegen kann und jetzt einmal rüber schnell und dann sehen wir uns im nächsten kapitel wieder lido sirena 100 münzen insignia in kapitel 3 können wir die jetzt sammeln mal schauen was hier so ist ob hier irgendwelche drin sind nein 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 doch doch eine münze gibt es hier ja und ab so nicht mario kommt mal einmal aus feier hier drunter gibt es auch nochmal zwei stück nimmt die mit auf der anderen seite gibt es mal eine münze nämlich auch mit mehr wir haben hier draußen schon mal nehmen die da mit jetzt mario die haben auf der anderen seite noch da ein war ja eine blaue münze dann gehen wir mal hier hoch oder auch nicht da gibt es noch eine andere seite wahrscheinlich auch und jetzt haben wir schon mal dann können wir jetzt ins hotel rein einmal hier ist er behindert oder so meine güte dort ist das ein bisschen mühsam aber man kriegt die 100 zusammen sind die roten geister in einem raum da ich wollte schon sagen das passt doch nicht schon 32 in der tausche und hier sind natürlich auch noch ein paar 153 jetzt aber schnell voran hinter dieser kräfte rezeption gibt es auch noch mal zwei laufe ich einmal so rüber nach oben jetzt mal 34 nähe keine ok naja hier ist licht oder so auch einmal bespritzen dann gibt es auch noch mal eine münze hier nicht ist in Ordnung ne irgendwie nicht bei jedem oh die kommt einfach nicht raus ah egal können wir ja noch später holen wenn noch welche fehlen sollten können wir hier einmal oh ne können wir gar nicht rein da wollte ich jetzt nicht durch haben wir uns in Ordnung so hier nochmal zwei ein geist noch 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 die 50 schon komm komm das kriegst du einmal die Lampe noch durch hier irgendwas jetzt also nur suchen hier soll welche auf dem dachboden sind auch noch ein ziemlich genug sogar 60 ja das ist ja schon mal gut ja hier runter ok dabei noch eine 70 nehmen jetzt ja schienen können dann auf den dachboden hier können wir auch durch hier weiter schauen ich kann ja gar nicht durch wo war das jetzt hier aber geht aber raus ey ich hoffe wir können ja auch hier irgendwo noch durch meine güte bau das wasser kann die kamera ist ja so ekelhaft alter meine güte bau jetzt werde ich hier hoch gerne danke ich muss aber schnell hier noch die geister auferziehen hier rum schlafen ok nächste nächste hier sind noch vier sieben acht mal zehn ja hier sind auch genug das ist ja einfach aufessen kann ey das muss man nicht verstehen na komm geist ah die ist ja drinnen ah joshi ist jetzt somit weg aber wir kriegen die noch zusammen also nur vier sind 97 aber wo kommen wir denn da hin nochmal äh nein einen habe ich hier noch dann muss ich hier irgendwie raus kommen schön ich habe zwei stück ich gehe mal hier raus gucken wo ich hier lande ja es sollte genügend sein will ich hier sind noch zwei stück oh gottse dank außerdem wäre hier noch da wo die ganzen kisten sind neben bin zwar auch nochmal ein paar münzen drei stück also hier die lichter müssten eigentlich auch alle was geben aber es reicht 100 ich bin zufrieden dann bedanke ich mich herzlich dass ihr zugeschaut habt dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder geheime insignier 1 in kapitel eigentlich egal wo weil ab ab den ersten könnt ihr den auf jeden fall holen wenn wir es wenn ihr schon alles durchgespielt habt wie ich einmal hier rüber müssen wir mich da einmal durch dieses labokrin durch und dann finden wir den wir ganz oben auf der spitze dann mache ich das ebenso meine güte und hier gehen wir auch gleich hin für die 100 münzen auf jeden fall das war knapp ey springen wir einmal hier oben und da fliegt er auch schon weg der typ hier einmal noch mit wasser bespritzen dauert gar nicht lange meine güte und schon die nächste die nächste die heime insignier 2 in kapitel 6 das geheimnis der muschel die nächste auch hier noch die nächste die nächste Sekunde ebenso wenn wir jetzt auch hier einfacher sein durchzukommen hier können wir die erste sich direkt hier um ja fast geschaffen ich glaube allerdings war jetzt keine einmal hoch mario oder da war doch eine ein problem wollen wir auch mal fünf mal sechs ist hier mann nummer sieben müsste da hinten sein ne war keine ok ach sieben und acht sind hier schon direkt ok und die zeit glaubt etwas ausreichend so kannst du auch weitergehen dann sehen wir uns jetzt gleich wieder bei den hundert münzen bayer paradiso 100 münzen insigniert in kapitel 6 warum das erfragen wir jetzt wenn wir uns jetzt einmal umdrehen gibt es hier im wasser schöne münzen hier sammeln wir einmal alle ein und gehen dann zu diesem komischen labyrinth wo man auch noch ganz viele findet auf jeden fall ist diese welt eine meiner lieblings welten schön entspannt die wasser nicht so schwere insignien außer die eine ja ich glaube wir haben dann gleich am ende sind 50 sogar schon die hälfte fertig denn die münzen mit doppelt aus du kannst komme ich aus ach komm nenn damit ja hier sind die 100 münzen auch sehr schnell fertig wie gesagt hier sind schon auf die ersten 50 gott dann gehen wir hier rein da werden wir auch noch schon so 30 stück also danke hier ist nicht mal 21 direkt also kannst du weitergehen oder dann fallen wir hier nach unten auf den baum den nehme ich auch mit der baum palmen ja eine art baum das war fast da muss ich immer hier unterfallen irgendwo aber hier geht es rein meine ich ja von oben ist voll geplant so nein so nicht so fällst darunter meine güte da können mehr rein da gibt es ein paar münzen ach ne das war der anfang ups da möchte ich gerne rein da sind noch welche hä auf jeden fall schon mal 83 nein wir wollen nach höher zu den zweier ja und den unteren bereich wir gehen das ist der gleiche gewesen ok fehlen noch vier stück ich glaube die können wir auch noch hier irgendwo finden wenn wir noch ein stückchen höher sind denn hier reicht es genau da sind die schon die restlichen münzen coole sache ach bis dann nach oben müssen wir noch klettern meine güte hier direkt einmal hoch da ist ja gar nicht so weit einmal auf dieses seil dann direkt da hoch springen dann direkt da hoch springen das war schon beim nächsten mal geht es mal mit der letzten welt weiter hoffe ihr hattet spaß bleibt bis dahin bleibt fit im schritt und tschau das war schon beim nächsten mal das war schon beim nächsten mal dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017